Das Interesse an der Börse hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Viele neue Depots wurden insbesondere im Rahmen der Corona-Krise im Frühjahr eröffnet. Das heißt, man hatte Zeit, sich dem Thema anzunehmen und auch die extremen Kursausschläge haben natürlich viele Anleger an den Markt gelockt. Aber wenn man sich auf der Straße umhört, dann hört man immer noch, die Börse, das ist in erster Linie Zockerei. Da ist man entweder am nächsten Tag reich oder verliert sein ganzes Geld. Solche Vorurteile, Michael Bloss, Finanzexperte, werden Sie sicherlich auch öfters hören im Gespräch mit Kunden oder vielleicht auch mit Studenten. Woher kommt denn sowas? Ich glaube, das ist so alt wie die Börse selbst. Das ist so ein Mythos, der eigentlich keiner Prüfung standhält und trotzdem weiter fortbesteht. Das ist wie Spinat hat viel Eisen und auf Steinobst sollst nichts trinken. Das ist auch eigentlich völliger Blödsinn und wird trotzdem einkalken. Also ich glaube auch, es kommt so aus der Tatsache, dass der Deutsche an sich gerne Angst hat. Also die Briten sagen ja German Angst Syndrom und das ist schon da. Er hat gerne Angst und die Börse versteht er nicht immer, beziehungsweise man kann nicht alles sehen. Das ist nun halb mal so, es ist vielschichtig. Man kann nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und da wagt er sich so gar nicht gerne ran. Also das heißt, der Deutsche ist Sparer. So hat man ihn auch erzogen, so nach dem Krieg, Bausparvertrag gemacht und Sparbücher und Weltspartag. Und man merkt ja auch schon, überall steckt das Wort Sparer mit drin und so hat man den Deutschen sozialisiert. Und er ist dann im Gegenzug zum Beispiel zu den angelsächsischen Investoren ganz anders aufgestellt. Also man kann wirklich sagen, der Deutsche ist Sparer und die Angelsachsen, die Briten, die Amerikaner, aber auch die Franzosen, das sind Investoren. Die investieren langfristig in ein Unternehmen und da ist aber auch dieser Risikoappetit größer. Während man in Deutschland oft dann schon zufrieden ist, wenn man so irgendwie Inflation plus Kosten so schlägt, so ein realer Werterhalt, wollen die richtig Geld verdienen. Ja, und ich glaube, das ist ein Sozialisierungsthema, das bricht jetzt in den nächsten Jahren weiter auf. Und da hat sich auch einiges getan. Also durch die Corona-Krise kam so ein bisschen Bewegung in den Markt. Viele hatten ja gehofft, dass endlich mal ein Schritt in die Richtung geht, weil wir haben eine schöne Grafik, die wir mal einblenden zum Thema Vermögen. Wie sich das Sparvermögen in den letzten Jahren entwickelt hat und ich finde, das ist erstaunlich, was sich da tut, wie viel Geld vorhanden ist, das angelegt werden möchte. Aber es gibt halt keine Zinsen. Ja, und man muss mal alleine überlegen, wie viel Geld jeden Tag kaputt geht, wenn man diese Chancen nicht nutzt. Also diese vergebene Opportunität, wirklich mit diesem Geld, das als Working Capital einzusetzen, als Geld, das arbeitet, das wird im Prinzip eigentlich total vergeben, weil es auf irgendwelchen Tagesgeldkonten rumliegt und weil es unverzinst rumliegt. Und vielleicht ist das ein positives Momentum dieser Krise. Man muss ja alle mal immer was Positives ableiten, dass man sagt, okay, auf der einen Seite sind die Banken mittlerweile durch die EZB so gepiesackt, dass sie die Negativzinsen weitergeben müssen an die Kunden und man es dann spürt, jetzt zahle ich für meine Einlage, wie by the way die Banken übrigens schon seit Jahren das machen und das im Prinzip immer weggedrückt haben. Und das Zweite ist, ich glaube, jetzt ist auch so ein Punkt erreicht, wo man zu einem Umdenken kommt, wo man weiß, die Welt, in der wir gelebt haben vor Corona, die wird so nicht mehr kommen. Und dieses Lower for Longer, also wir werden längere Zeit niedrige Zinsen haben, das wird sich erhalten. Und ich glaube, das kommt jetzt so langsam aber sicher ins Bewusstsein der Investoren und der Sparer und jetzt müssen sie reagieren. Und oft ist es ja so, man reagiert eigentlich immer erst dann, ja, so dieses Torwartprinzip. Man springt dann, wenn der Ball angeflogen kommt und dann wird halt eine Reaktion gezeigt und das sehen wir im Augenblick. Man muss natürlich oft auch gute Nerven haben. Also wenn man gesehen hat, in diesem Jahr, wie volatil die Börse ist, also durch Corona, dieser massive Absturz, 8400 Punkte beim DAX im Tiefen, hat sich zwar recht schnell wieder erholt, aber nichtsdestotrotz, wer sein Depot schon ein paar Jahre hatte, wird in diesen Tagen nicht reingeschaut haben. Und wenn, dann vermutlich mit feuchten Augen. Insofern muss man sagen, man muss natürlich auch einen langen Atem mitbringen. Ja, man braucht gute Nerven und das ist aber, man ist ja Unternehmer. Wenn man eine Aktie kauft, ist man Unternehmer, weil man stellt ja Eigenkapital dem Unternehmen zur Verfügung, das Unternehmen kann arbeiten. Wenn ich Unternehmer bin, oder ich übersetze es jetzt mal mit dem Wort selbstständig, das heißt selber und ständig. Das heißt, ich bin selber verantwortlich und ständig irgendwie dran. Und das hat man hier auch. Also sie sind nicht nur mittelbar, sondern sie sind unmittelbar mit ihrem Kapital im Unternehmen beteiligt und somit auch unmittelbar davon abhängig. Und jetzt war es natürlich aber, ich muss ehrlich zu können, ich habe mich jetzt auch nicht gedacht, dass wir uns so schnell wieder erholen. Das war schon Herb, was wir da gesehen haben. Aber man muss auch sehen, es ist natürlich auch ein Thema, das bei der Währung noch nicht ganz durchgestanden ist. Aber Deutschland hat es gut hinbekommen. Wir sind bisher gut wirtschaftlich durch diese Krise gekommen. Es wird noch so spannend werden, wenn man mal so Meldeverpflichtungen zur Insolvenzverordnung wieder einsetzt und sowas. Aber was wir bisher gesehen haben, haben diese auch staatlich gewonnenen Programme sehr gut gezogen. Und es ist an der Börse nun halt mal so, es wird die Zukunft gehandelt, nicht die Vergangenheit. Da brauchen wir die Nerven dazu. Und wenn die Zukunft vielleicht erstmal dunkel und grau ist, so wie wenn man abends rausgeht auf die Straße, es regnet so ein bisschen und es ist kalt, dann geht es halt mal ruppig nach unten. Aber kommt die Sonne zurück, dann geht es auch wieder nach oben. Also von dem her, man braucht ein klares Verständnis. Man braucht Aktien, die zukunftsträchtig sind. Man braucht gute Nerven. Und man soll ja auch nicht sein ganzes Haus und Hof und alles in den Aktienmarkt investieren. Also um Gottes Willen, man soll diversifizieren. Man soll mit kleinen Schritten anfangen, wenn man da noch keine Erfahrung drin hat. Aber man soll es ausprobieren. Denn ich kann eigentlich erst über etwas richten, wenn ich es ausprobiert habe. Und wenn ich davor schon richte, dann ist es eigentlich kein richtiges Urteil. Bevor wir mal schauen, wie die ersten Schritte gelingen können, vielleicht noch ein Sonderthema. Wie sieht es aus mit Stiftungen, die ja momentan sicherlich auch kein einfaches Fahrwasser haben, mit Zinsen eben nahe Null, Schwankungen an den Aktienmärkten, die vielleicht ein privater aushält. Wie sieht es da bei einer Stiftung aus? Kann oder muss eine Stiftung das aushalten? Was geht da überhaupt? Ja, eine Stiftung hält relativ viel aus, weil eine Stiftung ist auf Ewigkeit errichtet. Das ist der große Vorteil einer Stiftung. Es ist natürlich so, dass eine Stiftung ja einen Stiftungszweck erfüllen will und kann und muss. Und diese Erfüllung ist an das Erwirtschaftete auch gebunden. Also ich kann nur dann was ausschütten, wenn auch dementsprechend was erwirtschaftet wird, ganz vereinfacht gesagt. Also die Stiftung natürlich schon schauen, dass dementsprechend Erträge reinkommen. Jetzt war das in der Vergangenheit immer schön, wenn ein gewisses Zinsniveau da ist und es kommen automatisch die Coupons, dann hast du natürlich schon mal so einen Grundstock, mit dem du umgehen kannst. Jetzt ist es so, eine Stiftung darf so um die 30% neutrale Aktienquote fahren. Da ist es dann in Ordnung, die wird ja beaufsichtigt. Und das nutzen die halt aus. Und die andere Seite muss man auch noch sagen, Stiftungen haben, dadurch, dass sie Ewigkeitscharakter haben, natürlich sehr langlaufende Bonds mit reingepackt. Das heißt, die haben teilweise noch hohe Coupons, weil sie halt einfach vor geraumer Zeit schon sehr viel in diese Sache reingekauft haben. Da kann man noch ein bisschen zehren davon. Aber eine Stiftung ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man investiert, nämlich mit der, ich sage da immer mit der sanften Hand, ohne Hektik, ohne Sprünge. Ich habe eine Aktienquote, ich habe eine Rentenquote, ich mache so ein bisschen Overlay-Management. Das ist so ähnlich wie die Melodie, die zum restlichen Lied passt. Aber ich kann langfristig damit planen und ich habe langfristig auch meinen Horizont, wohin ich mit dem Vermögen will. Und das würde ich vielen Privatinvestoren raten, jetzt nicht, weil sie einen Ewigkeitshorizont haben, aber einfach mal in die Langfristigkeit reinzugehen und nicht dieses heute rein, morgen raus. Das mag auch schön sein, das kann man auch machen, das freut auch die Kolleginnen und Kollegen unten im Saal. Aber das ist dann wirklich die ganz kurzfristige Melodie, die gespielt wird. Und da kann es halt auch sein, dass eine große Orgelpfeife kommt und eine umweht. Das ist halt einfach so. Und das muss man sich bewusst sein. Aber wenn ich langfristig auflege, dann habe ich da eigentlich überhaupt gar kein Problem. Für alle diejenigen, die sich das gerade anschauen und sagen, das ist spannend, ich traue mich aber nicht so recht. Was wäre denn der erste Schritt? Was raten Sie Ihren Kunden, wenn die bei Ihnen sind, angenommen, es ist ein junger Mann, es ist ein Student noch oder jemand, der gerade anfängt zu arbeiten, was wäre der erste Schritt? Sie machen einen Sparplan. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort sparen. Da ist der Deutsche schon sozialisiert mit, das von dem her passt das. Machen Sie einen Aktiensparplan. Konsequent Monat für Monat, Jahr für Jahr Scheibchen, Scheibchen dazukaufen. Wenn es unten ist, mehr kaufen. Wenn es oben ist, weniger kaufen. Wenn es die Cost Average Effekt rechnet sich da eine... Das ist jeden Monat die gleiche Rate. Jeden Monat, nehmen wir mal 50 Euro. Es werden jeden Monat 50 Euro in einen breit diversifizierten Aktiensparplan investiert. Das sind 600 Euro im Jahr. Lassen Sie das einfach mal durchlaufen. Zehn Jahre, 15 Jahre, Sie werden sehr viel Freude daran haben. Wichtig ist, guten Voraussuchen, was Zukunftsweisendes, etwas, mit dem man sich auch identifizieren kann, was einem auch taugt. Und dann wirklich durchhalten. Bitte nicht, wenn es hektisch wird, rausgehen. Oder um Gottes Willen, jetzt muss ich den Sparplan stoppen. Nee, ist genau das Falsche. Jetzt kaufen wir mehr. Und wenn die Sonne wieder scheint, und die scheint immer, es geht die Welt nicht unter. Wir werden auch Corona überleben. Also ich bin mir da ganz sicher. Ja, es wird jetzt nochmal holpriger. Winter wahrscheinlich und alles. Aber irgendwann wird es schön. Ja, kamen vorher sensationelle Nachrichten zu einem neuen Impfstoff. Also von dem her, das kommt. Und dann kaufe ich halt, wenn es wieder hoch geht, wieder weniger Anteile ab. Dann habe ich ja schon mehr gekauft. Und so profitiere ich im Prinzip davon, dass es auch einen Automatismus gibt, der gar nichts mit mir zu tun hat. Und von dem ich emotional auch losgelöst bin. Vielleicht auch ganz wichtig, so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. Also man ist ja selbst nicht davon gefallen. Man hört die Nachrichten, lässt sich das selber so ein bisschen leiten. Vielleicht umso besser mit dem Sparplan. Also an den Sparplan darf man nie rangehen. Egal wie hibbelig man wird, der Sparplan muss durchlaufen. So an den einen oder anderen Einzelwert sollte man dann vielleicht schon denken. Aber den Sparplan. Also erster Step, Sparplan, nächster Step. Man kennt sich aus, hat ein bisschen Gespür, wagt sich dann an die Einzelwerte ran. Dann breit streuen, nicht alles in einen Wert reinsetzen. Und die Ruhe bewahren. Nicht ins Boxhorn jagen lassen, immer Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man an der Börse machen muss. Ich glaube, dass auch die ganzen Großmeister alle nur so weit immer hibbelig waren, wie es bis zur Schreibtischkante war. Mehr darf man nicht haben. Weil wenn man zu nervös wird, aber es ist wie im Leben auch, man darf auch im Leben nicht immer zu arg nervös sein, wird es schon gut gehen. Ja, eins darf man auch nicht vergessen, Börse macht natürlich auch noch Spaß. Also es ist ein wichtiger Baustein in Richtung Vermögensaufbau, Altersvorsorge. Man kommt irgendwie nicht dran vorbei in einer Nullzinsphase. Aber es kann auch unheimlich Spaß machen, aktionär zu sein, mit dem Unternehmen mitzufiebern, zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Man ist ja Teilhaber. Ja, man ist Teilhaber, man ist Teil einer Wirtschaft. Also ich meine, Deutschland rühmt sich in aller Welt in ein großer Wirtschaftsstandort. Und Exportweltmeister. Und was wir denn doch so alles sind. Und im Schwabenland sowieso. Aber da müssen wir doch auch mitspielen. Also ich will doch nicht an einem Seitwand stehen. Da will man mitspielen, dann macht das Spaß. Man ärgert sich gemeinsam, man freut sich gemeinsam. Das ist auch so ein bisschen Lebensqualität. Klar, man regt sich dann an manchen Tagen auch auf. Dann macht man abends eine Flasche Rotwein auf. Dann geht es auch wieder. Und am Tag drauf macht man dann vielleicht mit der Familie eine Flasche Champagner auf, weil es was zu feiern gibt. Ja, das sind halt die Dinge. Man kann auch mehr Rauwasser und Tee trinken, geht alles. Ja, aber ich finde halt einfach, es muss Spaß machen. Es darf nicht Last sein. Es muss immer Freude machen. Ja, leider macht die Börse nicht jeden Tag Freude. Das würde ich gerne unterschreiben. Es gibt Tage, da macht es auch wenig Spaß. Wirecard war dieses Jahr auch so ein Thema. Das hat ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Aber den Mut sollte man dennoch nicht verlieren. Und vielleicht muss man gerade aus diesem Beispiel wieder lernen, breitstreuen. Wir sagen so oft, man kann es selber schon gar nicht mehr hören. Aber eben nicht alles auf eine Aktie, auf mehrere Unternehmen. Hat Beate Sander so schön gesagt. Sie hatte auch Wirecard im Depot und sagte, so what? Es ist eins von vielen. Ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Aber da ich viele andere Werte auch noch im Depot habe, tut es nicht so weh. Ja, man wird nicht immer Recht haben. Das geht nicht. Ja, also ich sage mal so, wenn man so bei 51 Prozent ist, ist das auch ganz gut. Und ja, also ich meine, es könnte auch schlimmer sein, ja. Und natürlich hat jeder so ein bisschen mit der Wirecard auch, ich sage mal, mitgefiebert. Aber ich darf da keine Blogposten bauen. Aber ich darf auch sonst keine Blogposten bauen. Also das hat dann nicht mal mit diesem Einzelwert etwas zu tun. Aber ich denke, wenn ich so schön aufgebaut und austariert bin, dann halte ich eins und verrecker ich ihn auch aus, weil mich der Rest auch freut. Und natürlich ist nicht jeder Tag toll. Aber da ist im restlichen Leben auch nicht jeden Tag toll. Also ich meine, das ist halt so. Also wenn Sie den Schüler fragen, ob Schule jeden Tag toll ist, also das wird auch, bei Studenten ist es auch nicht anders. Also das ist auch nicht jeden Tag super. Soweit die Einschätzungen von Michael Bloss, der gerne bei uns zu Gast ist und auch über das Thema Aktien wunderbar mit mir philosophiert. Ein Thema, was uns beiden ja ziemlich am Herzen liegt. Und was momentan immer mehr an Beliebtheit bei den Anlegern gewinnt, was uns natürlich auch sehr freut. Ja. 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 Ja.